Heute machen wir die Rabona Challenge. Rabona, Schmoona. Uh, da fehlt Bewertung 1. Jetzt muss ich überlegen. Wen habe ich falsch gemacht? Rabona, Schmoona, wo ist es? Könnte er hier sein? Komm, mein Freund. Und dann wird es grün. So muss es sein. 500, maximal. Ja, haben wir es genau. 500, Basch liegen mindestens 3, mindestens 5 aus derselben Liga. Maximal 3 aus einem Verein. 3 seltener, 80 Gesamtwertung, 80 Team Chemie. Und natürlich 11 Spieler. Im Tor, Sergio Asenio. Falsch angefangen. Erstbesitzer Manquilo, Montoya, David Garcia, Jome Costa, Sergi Dadea, Giniesta, Johne von Vieira, Melendo, Paco Alcafé und Cucurella. Gebt ein Prima-Goldspieler weg. Geht auch nur noch 18 Stunden bei mir. Das heißt, wenn ich es bei euch hochladen morgen, wird ein bisschen knapp, aber egal. Ist immer noch kein Event da. Deswegen, bei mir ist es halt so, ohne Event, mir fehlte der Anreiz. Spananien, RF. 83er Port 2. Nicht so geil. So, schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ich mache jetzt direkt weiter. Ich glaube, mir fehlt nur noch ein Spieler. Den könnten wir jetzt holen für die Dingens, für die UEFA Top-Party. Dann könnten wir auch mal gucken, was da noch drin war alles. Weil ganz ehrlich, ich werde sowieso nächsten Freitag nichts ziehen von der Scheiß drauf. 82 bis 88 ist diesmal sogar tradable, äh, tradable, wiederholbar, wollte ich sagen. Uh la la, nur noch 950. Nehmen wir mit. Den haben wir gestern schon vorgelesen. Es gibt ein seltenes Goldpack. Seltenes Goldpack. Plus Megapack. Okay. Und dann gibt es noch eine neue SPC. Die 85 Plus soll heute gekommen sein. Ich sehe es aber gar nicht zum Beispiel. Doch da. Aber das ist doch mit Token. Okay. 85er Gesamtwörter plus ein Team of the Week. Oh Gott. Teuer. Das hat mal seltene Goldpack und Megapack, ja. 12 Stück, 12 seltenes. Wäre halt was für ein Event, aber vielleicht ziehen wir ja was. Sonst her 7 wäre halt sehr schön, aber natürlich ist es mal wieder keines nur Scheiße. Seltenes Goldpack. Was denn das? 50k? Und wir ziehen 82er. Maximum, es ist sogar noch 81er. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Und Megapack. Öffne auch mal eins. Schauen wir mal, was drin war. Schon wieder Spanien. 86er David Silver. Okay. Das finde ich nice. Dazu noch ein Pjanic dahinter. Ich muss mal gucken, ob ich die vielleicht einbauen kann in die Messi SBC. Dann habe ich wieder Kohle gespart. Nee, das ist schon echt okay. Also damit kann ich leben. Schreibt den Kommentar, was ihr gezogen habt. 86er und 85er ist okay.